Wie lange dauert das denn kaputt zu hauen? Basis halb. Können wir knicken? Petrischale brauchen wir nicht. Aha. Na, guck mal, da haben wir noch was mitgenommen, aber ehrlich gesagt nichts, was wir wirklich gebrauchen können. Hi. Hi. Warum hat von euch denn keiner einen Medikit oder sowas? Oder einen netten Roboter von nebenan, den wir als Medikit benutzen könnten? Ah, genau, hier haben wir Sickbay, Armory, da möchte ich gerne hin. Electronic Labs. Ah, guck mal, ein netter Roboter von nebenan. Dich habe ich gesucht. Oh, wir haben sogar schon über 300 Punkte Schaden genommen. Ist da ein Medikit drin? Ja. Aber dann warte ich lieber nochmal vor der Medikamenten ist aufgebraucht. Ja. Für die Brücke Maschinenraum 9753. Die Waffe leuchtet aber auch schön. Okay, dann könnten wir hier noch ein bisschen was... Äh, okay, Colonel, bla... Dem hat sein Handy geflasht. Warte mal, da war es von Passwort. Green Deer, Flo, etwas. Gut, da brauchen wir gerade nichts. Äh, ich muss sagen, unbedingt sagen, dass der neue Code, den sie eingegeben hat, nicht funktioniert. Die 4 auf 10 auf klemmt und ich finde keiner das. Okay. Oh, ein Motherboard. Zack. Ähm, Silencer. Den würde ich ehrlich gesagt gerne da anbringen. Jawohl, cool. Haben wir die nämlich jetzt auch mal gesilenced. Und... Ja. Das dürfte sich auch noch bemerkbar machen. Ist das wirklich so ein Schallniffer drauf? Ja, super. Das finde ich cool. So, Motherboard. Achso, das können wir durch die Gegend schmeißen. Hui. Friss Motherboard. Wir haben mal aufgeräumt. Super. Okay, speichern wir. Und dann würde ich doch mal schauen, ob ich... ...bei den Electronics rein kann. Ne, Quatsch. Armory meine ich ja. Ja, ist ja gut. Gut. Gut, die Kamera irgendwann mal auszuschalten. Achso, da wäre sogar zu. Hat sich das hier gelohnt, dass wir unten durchgeklettert sind? Ich mach' mir jetzt einfach mein eigenes Licht. Hm. Da ist ne Kamera. Hier sind viel zu viele Kameras. Hier sind viel zu viele Kameras. Die würde ich doch gerne mal ausschalten. Vielleicht ja in der Armory. Schaff' ich das? Was? Genau. Genau. Dann lass' mich doch mal gucken, ob da ungesehen rein können. Hier, diese Tür könnte gerne mal aufgehen. Dankeschön. Hi. Ich hab' auch meine Anweisungen. Oh, war das der neue New Guard? Oh. Ach, weißt du was? Leck mich, Kamera. Äh. Fünfstellig. Hatten wir irgendwas Fünfstelliges? Ja. 8, 3, 3, 5, 3. Gut. Okay. Achso, können wir uns hier nachher nochmal... Müssen wir, glaube ich, sowieso nochmal heilen. Machen wir das gerade. So. Weißt du was? Ich hab' sieben Multitools. Drei Tool, alter. Ja, dann riskiere ich, dass ich, dass ich entdeckt werde. Sorry. Ruhe. TNT. Dann können wir uns hier wieder... ...aufmunitionieren. So. Wir kommen dann mal weg. Jawohl. Abhal. Oh, Carmo. Cool. Und vielen Dank fürs Hosten. Einer. Einer. Pistole. Shotgun. Gerade nicht. Raketen auch nicht. Die Muni nehmen wir noch mit. Die MP-Granaten sind auch nicht verkehrt. Ein paar Lämms. Und noch mehr Muni. Wir haben jetzt vier Lämms. Wir brauchen, glaube ich, fünf, hieß es. Aber vielleicht finden wir halt nur unterwegs noch was. Ja. So. Das kann weg. Da haben wir auch schon wieder zwei von. Wo ich das Carmo-Ding wahrscheinlich jeden wieder nicht einsetzen werde. Ich kenne mich doch. So. Hi, Einer. Gut. Da haben wir schon genug von. Dann begeben wir uns mal nach draußen. Danke für die Muni. Bla, 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 bla. Das haben wir eigentlich hier oben. Guck mal, das Command Center. Und ich hoffe, hier können wir endlich die Kameras mal ausstellen. Sieht auf jeden Fall mal gut aus. Na, also. Zack. Tür offen. Kamera aus. Und Kamera aus. Muss auch das einen Ding gerade sparen können, sehe ich. Ah. Klassisches Steuerrad noch hier. So ein bisschen Wasser und Licht bringt das ja auch. noch mehr TNT. Ah, Laser. Packen wir den Laser denn mal drauf? Ach, können wir da drauf. Okay. Dann tun wir das doch mal. So. Haben wir denn hier noch was Schönes? Ah ja. Nano Key. Daten Cube. Und was haben wir denn hier noch drin? Nichts. Nichts. Gut. Dann war das also jetzt nicht so erfolgreich. Ähm. Genau. Das waren jetzt hier 6, 5, 6, 7, 8. Hi. So. Code-Rotation. Bleib nah. Zugang ist gut. Für die Waffenkammer des Schiffs. Ah, gut. Dann wären wir auch so reingegangen. Oder reingekommen. Äh. Ein weiterer Nano-Schlüssel. Kazao und Captain Login. Naja. Nicht? Ich werde mich vertippen. Egal. Wir haben ja Zeit genug zum Hacken. Ah. Hat also eine kleine Tochter. Da gab es noch ein bisschen Gesprächsstoff. Und dort ist nichts Interessantes. Captain Zhao. Die Helikopter werden bald da sein. Hier werden die Verpackung des Virus verpacken. Keine Verlangen. Ich will die Helikopter, die vor dem Sonnenschein operieren. Und da ist sowas. Oh. Da ist echt noch was drin. Mhm. Äh. Modifizierung. Bla. Okay. Geld. Alter, Finnel. 2000. Wie gesagt. Ich bringe mir zwar eh nichts. Weil ich es halt nirgendwo ausgeben kann. Aber. Hm. Gut. Dann sollten wir hier eigentlich mal die... ...meisten Sachen zerlegt haben. Machen wir jetzt ja quasi hier eine Taschenlampe mit dem Ding. Was ich auch nicht verkehrt finde. Gut. Hätten wir dann alles. Haben wir Schaden genommen? Nee. Das ist gut. Ich glaube hier haben wir die Sachen auch so weit durch. Dann können wir jetzt wirklich mal nach unten. So. Und mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ruckeln, abspeichern. Gegner, wie es scheint. Wieder ein paar Kameras. Scheinen da hinten zu laufen. Okay, das hätte besser laufen sollen. Eigentlich. Vielleicht lade ich jetzt auch einfach mal nach. Kampen. Oh, das ist doch hier. Dieses Nachladen dauert einfach viel zu lange. Aber gut. Ich glaube hier ballern wir uns dann einfach wieder gemütlich durch. Ist zwar auch stressig, aber nicht so stressig wie das Schleichen. Ich glaube da kommen wir auch erstmal nicht dran, um das zu deaktivieren. Dann sorgen wir erstmal für Ruhe. Und wir haben glaube ich unsere fünfte Lärm gefunden. Aua. Achso, Tranquilizer. Nein, die brauche ich nicht, weil die sind scheiße. Wo sind die denn? Achso, wahrscheinlich kriegen wir es erst, wenn wir die Waffe entsprechend aufgenommen haben. Das ist jetzt nicht so schön. Wir haben zum Glück nichts abgekriegt. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Und die gefunden. Ja, wo kommst du denn hier? Oh, man war schon voll. So, hier haben wir noch einen Engine Room. Du machst da weiter Stress. Ja, ja. Wenn du denn meinst. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Shotgun war glaube ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm. Das sieht mir tatsächlich so aus, als wäre da irgendwas drunter. Kann das sein? Nichts drunter. Wir haben noch einen Gegner da. Ah. Ist aber nett, dass du hier aufmachst. Ah, diese Kameras. Wo kann ich die denn mal abstellen? Was haben wir denn hier Schönes? Das klingt doch alles mal sehr technisch und sehr interessant. Ah, Gegner. Ah. Ah. Ah, diese Deckung muss... Also fehlende Deckung, ne? Kollege, bei dir haben wir viel zu viel Muni verschwendet. Da müssen wir halt Lockpick nehmen. Ansonsten geht das hier sogar, sehe ich gerade mal. Na gut, dann Lockpicken wir uns hier mal rein. Oder gucken mal überhaupt, ob es sich lohnt. Versorgungssachen. Ich hoffe doch mal, das lohnt sich wirklich. Jawohl, guck mal. Wir haben Lockpick zurückgekriegt und Medikit. Das heißt, wir haben im Endeffekt ein Medikit-Gewinn gemacht. Abzüglich halt, äh, Zeit, die wir aufgebracht haben, um hier reinzugehen. Muni? Cool. Achso, das sollen wir auch noch machen. Gut. Ja, das ist schon schwer, ne? Oh, ich muss noch Mechanik. Okay, wieder ein neuer Code. 2009. Hm. Ich muss noch ein paar Minuten nachdenken. Wir werden hier reinigen. Wir werden hier in der Karte. Ich werde nicht in der Lage sein. Die Transformers sind in der Schaden. Und ich kann sie nicht in der Schaden. Ich kann sie nicht in der Schaden. Ich kann sie nicht in der Schaden. Da ist ein Schaden. Die Schadenfläche ist wie ein Kapastor. Das ist ein Job für Bots. Du hast es gesagt, sie bezahlen mir nicht genug, um mich selbst zu gehen. Ich warte auf ein paar mehr Spiders. Die ersten zwei haben zu antworten. Ich kann dich schauen. Ich würde es nicht beantworten. Du musst zwei Power-Kontroll-Panels anbauen. Einer auf dem Boden. Die Leute in der Operationssruhe der Helikopter-Bähe sind auf meinem Kuss. Seine Computer sind verraten, aber es ist nicht wert. Kein Weg! Mal schauen ob wir da was finden. Ähm, so. War das das, was wir gerade hatten mit dem Security-Keypad? 2009? Ne, dreistellig. Haben wir irgendwas dreistelliges? Hm. Glauben nicht. Na komm, dann hacken wir das Ding mal. Das sollte ja passen. Oh, dunkel. Oh, dunkel. Achso, wahrscheinlich ist das eine bestimmte Zeit lang. Ja. Ähm. Dann machen wir das vielleicht gerade nochmal. Oder war das einfach nur um das hier aufzumachen? Nein. So. Wo kamst du denn auf einmal her? Dann komm ich jetzt hier einigermaßen durch. Na, guck mal. So. Das sieht doch gut aus. Hacken wir uns mal rein. Können hoffentlich dann die Sachen hier abstellen. So. Kameras auf. Wie mal hin etwas. Was haben wir denn da drin? Bin ich mal gespannt. ne menge flares also ehrlich gesagt lohnt sich das nicht so wirklich da ist auch also was drin okay da hat sich vielleicht doch gelohnt ja geld ich sollte mehr sachen kaputt machen ganze menge explosiv geschossen mittlerweile das ist schön du bist noch aktiv das ändern wir hoffentlich gleich mal hecke direkt hecke aus 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 oder nicht die kamera wo geht es denn hier hin ja ja ruhe nur ein bisschen muni aber gut besser als nix da ist auch noch eine kamera sie haben irgendwie viel zu viele kameras muss ich ja zugeben so wie viel hätten wir da um dich auszuschalten auch wieder drei das mit zu viel dafür gibt es bei weitem nicht genug multi tools um die ganze kameras auszuschalten aber gut normal machen die jetzt auch nicht so viel aushalten bisschen stress die ein Multitool. Ja, ja, ist ja gut. Gut. Dann machen wir das mal. Kamera, du nervst. E-Mail. Warte, hier kennen wir ja schon. Root haben wir nix. Pump Control haben wir auch nix. So. Ja, ja, irgendwie ist das doch ein bisschen viel. So, ich denke, das hat sich mal gelohnt. Oh, schön, das hat sich auch gelohnt. Vier. Hm. Ah, hier sind wir wieder. Okay. Okay. Immer noch irgendwelche Kameras, die hier aktiv sind, das kann ich mir doch irgendwie nicht so ganz vorstellen. Und wie gesagt, wir müssen halt gucken, dass wir die Dings noch finden hier. Angeblich zumindest. Ich meine, wenn nicht, halt nicht. Ich möchte, wie gesagt, gerne vorankommen. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so dumm, wenn du hier ein paar Leute hast. Ah, okay. Jump'n'Run. Hulle Wurst. Gut, dass ich gespeichert hab. Na gut, das geht aber. Aber auch wieder. Äh, kennt man aus Half-Life. Ich glaube, die haben wir noch, also euch haben wir noch gar nicht gelootet. Andererseits im Moment geht's ja auch einigermaßen. Alter. Mit den, äh, mit der Munition. War zwar ein bisschen knapp zwischendurch, aber im Moment sind wir erstaunlich gut aufgestellt mit eigentlich allem. Das könnten wir eigentlich auch direkt mal nutzen. So, ach komm, weißt du was? Müssen wir es halt nicht komplett aufbrauchen, aber zumindest ein bisschen, ein bisschen was. Kommen wir zum Heli-Pet. Hi. Genau so. Das seh ich auch so. Möchte ich gerne ausschalten. Ah ja, genau. Hier wäre dann wahrscheinlich unser Kollege. Sehr, desto. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020